Hallo, Assalamu alaikum, schön, dass ihr da seid. Heute will ich mal ausnahmsweise kein inhaltliches Video machen. Ich wollte ein bisschen allgemein zu dem Thema Sprachen lernen, beziehungsweise Thmesicht, ganz konkret Thmesicht lernen und die bärberische Sprache oder die amersirische Sprache. Ihr habt bestimmt mal von jemandem gehört, der gesagt hat, sowas wie, Bruder, warum lernst du Thmesicht? Lern lieber Arabisch, Arabisch ist besser. Bestimmt hast du diesen Satz mal gehört oder irgendwo mal begegnet. Ist es denn so? Ist es Zeitverschwendung, Thmesicht zu lernen? Sollte man lieber die Zeit nehmen und in Arabisch investieren? Ist Arabisch besser? Einfach so, könnte man das so sagen. Also, es kommt auf den Kontext drauf an. Was bedeutet besser, wenn du irgendwo in Schweden lebst, was wäre dort die beste Sprache zu beherrschen? Die beste Sprache dort ist offensichtlich Schwedisch. Wenn du da hinkommst und egal wie gut dein Hocharabisch ist, das wird dir dort nichts bringen. Du wirst früher oder später Schwedisch lernen, vielleicht dich mit Englisch irgendwie erstmal zurechtkommen, aber die beste Sprache in Schweden wird Schwedisch sein. Die beste Sprache in Deutschland ist Deutsch. Das heißt, du musst Deutsch lernen. Warum? Um mit den Leuten zu sprechen. Weil ganz oft, wenn es, also dieses Problem ist mir stark begegnet, viel stärker begegnet, wenn es um Thmesicht geht und viel weniger, wenn es um andere Sprachen geht. Das liegt daran, dass Thmesicht oft ein bisschen als Konkurrenz zu Arabisch wahrgenommen wird. So entweder oder. Entweder Thmesicht oder Arabisch. Weil in vielen anderen Sprachen, auch im muslimischen Kontext, keine Ahnung, Urdu in Pakistan zum Beispiel, keiner würde auf die Idee kommen und Urdu irgendwie negativ konnotieren oder so, weil dort auch Arabisch nicht so weit verbreitet ist. Aber dadurch, dass in Marokko Arabisch weit verbreitet ist, wird dann Thmesicht irgendwie als Konkurrenz zu Arabisch wahrgenommen. Und dann wird oft so pseudoreligiös argumentiert, wir sind alles Muslime, warum jetzt auf einmal eine syrische Identität oder solche Sachen. Hingegen bei anderen wird dieses Problem nicht gemacht, weil dort keine Araber sind. Also keine bosnischen Muslime oder albanischen Muslime oder die große Mehrheit von sonstigen Muslimen, die halt nicht Araber sind. Araber sind 20, 25 Prozent der weltweiten muslimischen Population. Die meisten Muslime sind Asiaten. Die nicht Arabisch sprechen, wie also hauptsächlich Indonesien, Pakistan und in Indien leben die meisten Muslime, also die größte muslimische Populationen, findet man dort. Und die sprechen natürlich nicht Arabisch. Das heißt, Arabisch ist die beste Sprache, um die islamische Religion in der Tiefe zu lernen und zu verstehen. Deswegen habe ich auch Fusha gelernt. Ich habe oder lerne noch, ich lerne Fusha, weil es ist ein bisschen anmaßend zu sagen, ich habe eine Sprache so gelernt, ich bin fertig. Aber ich habe sie so sehr gelernt, dass ich in der Lage bin, Vorträge zuzuhören, Texte zu lesen, mit den Originalquellen, also mit den Primärquellen der islamischen Religion zu arbeiten. Und diese Aussage wird dir jeder Orientalist sagen, egal ob er muslimisch ist oder atheistisch oder was auch immer. Jeder, der sich mit der islamischen Religion, islamischen Kultur, islamischen Geschichte befasst, wird dir sagen, du musst Arabisch können, um in der Tiefe dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ja, in diesem Kontext ist Arabisch die beste Sprache. Aber was ist die beste Sprache, um zum Beispiel in Nador einkaufen zu können? Es mäßigt offensichtlich, wenn du da in einen Laden reinkommst und du kommst rein mit Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan bikum, ya rajul, uriedu an ashtariya, ma'an wa khubzan wa zaytuna. Der wird zu dir sagen, Sadakallahul Adim, danke für diese Predigt, aber wie kann ich dir helfen? Was möchtest du von mir? Deswegen ist es offensichtlich, dass die beste Sprache die Sprache ist, die du brauchst für den jeweiligen Kontext. Wenn deine Oma, dein Opa, deine Mutter, dein Vater smesigt können, dann ist die beste Sprache in diesem Kontext smesigt. Die Sprache, mit der du redest. Wenn du irgendwo anders unterwegs bist, in Deutschland, die beste Sprache ist die nützlichste Sprache, also Deutsch. Wenn du Deutsch beherrschst, also wenn du Deutsch kannst, dann das ist das, was du hier brauchst, um hier zu leben, um hier ganz normal deinem Alltag nachgehen zu können. Und deswegen finde ich das vor allem fehl am Platz, an dieser Stelle irgendwie eine Priorisierung hier reinzubringen. Denn Arabisch ist gut, Arabisch ist eine wunderschöne Sprache, sonst hätte ich sie nicht gelernt. Und nochmal, um die arabische Sprache zu, um die islamische Religion in der Tiefe zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen, kommst du nicht drum herum. Du musst Arabisch lernen, Fusha, um den Koran zu lesen, um die Hadith zu lesen. Das ist sozusagen die Sprache des Propheten Mohammed a.s.w. ist Arabisch, also logischerweise musst du Arabisch lernen. Um die frühesten Werke zur islamischen Religion zu lesen und zu verstehen, musst du natürlich Arabisch können. Aber nochmal, um in deiner eigenen Familie dich zu unterhalten, brauchst du die Sprache, die sie sprechen. Und wenn du Emesir bist, dann ist es Tmesir, ganz einfach. Und hier dann so pseudoreligiös irgendwie zu kommen und so nationalistisch zu werden und arabische Sprache über andere Sprachen zu erheben, manchmal, das nimmt so skurrile Züge an. Ich kann mich erinnern, einer, der hat mal, der kommt mir mit, die Sprache der Engel ist Arabisch. Deswegen ist das die beste Sprache und so weiter. Ich sag so, wie kommst du da drauf, dass die Sprache der Engel Arabisch ist? Dann sagt er zu mir, gibt euch jetzt einfach mal dieses Argument. Der sagt, weil im Koran werden die Engel auf Arabisch zitiert. Dein Ernst? Das ist dein Argument? Das ist dein Argument, dass die Sprache der Engel Arabisch ist? Okay, habe ich gesagt, nach deiner Logik? Nach dieser Logik müssten alle Propheten, Frieden sei mit ihnen, a.s.w., alle Arabisch gesprochen haben. Nach deiner Logik hat Isa, also Jesus a.s.w., Frieden sei mit ihm, nach deiner Logik hat er Arabisch gesprochen, weil wenn der Koran Isa zitiert und Isa sagt, inneni an Abdullah und so weiter, also er wird auf Arabisch zitiert, nach deiner Logik hat Jesus Arabisch gesprochen. Dann sagt er so, ja, richtig, er hat Arabisch gesprochen. Ich sage, ist es dein Ernst? Ey, ein Mindestverstand musst du doch besitzen. Wenn Isa a.s.w. Arabisch gesprochen hätte, dann hätten doch die Leute, zu denen er gepredigt hat, nichts verstanden. Die wären doch voll verwirrt. Wenn er auf einmal oder Musa a.s.w., Moses oder alle anderen Propheten, die waren alle Nicht-Araber. Und das ist übrigens jetzt keine komische Randmeinung oder so, das ist Konsens, dass sie keine Araber gewesen sind. Man weiß die Gegenden, in denen sie gelebt haben und auch viele, das ist sozusagen, viele Gelehrte sagen, die Araber hatten noch keinen Propheten bekommen, deswegen haben sie den Propheten Mohammed a.s.w. bekommen. Das hört man oft so, egal ob es der erste Prophet unter den Arabern gewesen ist oder nicht, das ist jetzt ein anderes Thema, was aber auf jeden Fall sicher ist, dass die anderen Propheten a.s.w. Friedensein mit ihnen kein Arabisch gesprochen haben. Aber werden sie auf Arabisch zitiert? Ja, sie werden auf Arabisch zitiert. Warum? Weil die Offenbarung auf Arabisch ist. Weil der erste Adressat, der Prophet Mohammed a.s.w., war Araber. Die Menschen, zu denen er gesprochen hat, haben Arabisch gesprochen, weil sie Araber waren. Natürlich ist dann die Offenbarung Arabisch. Wäre jetzt auf einmal im Koran ein Originalzitat in der Sprache, in der Musa gesprochen hat oder Isa, ich glaube, das ist Aramäisch, bin mir jetzt nicht sicher, die hätten es ja nicht verstanden. Deswegen wird er zitiert in einer Sprache, die er versteht. Genau wie wenn ich euch sage, zum Beispiel, ich sage dann damals die Empfänger des Koran, also sozusagen die Erstadressaten, die ersten, die den Koran gehört haben vom Propheten Mohammed a.s.w., die hätten dann gesagt, wir verstehen diese Sprache nicht. Ich sage es euch gerade auf Deutsch. Aber euch ist schon bewusst, dass sie nicht auf Deutsch das gesagt hätten, wir reden gerade Deutsch sozusagen, aber sie hätten auf Arabisch gesagt, oder was auch immer, wir verstehen das halt nicht. Auf Arabisch. Und so funktioniert auch der Koran. Der ganze Koran ist auf Arabisch. Dann hört man manchmal so komische Pseudo-Argumente, warum man auf gar keinen Fall, vor allem bei Smeziach wird das immer gebracht, auf keinen Fall mit Smeziach Zeit verschwenden und so. Und dann wird gerne argumentiert, die Sprache des Paradieses ist Arabisch. Deswegen sollten wir Arabisch lernen. Guck mal nochmal. Arabisch lernen, ich bin 100% dafür. Ich überlege auch einen eigenen Kanal zu machen, um arabische Lektionen zu machen. Ich selbst habe Arabisch gelernt aus einer Überzeugung, weil um die islamische Religion in der Tiefe zu verstehen, brauchst du Arabisch. Auf jeden Fall brauchst du Arabisch. 100% du musst Arabisch lernen. Brauchst du Arabisch, um einfach als normaler Muslim deine Religion zu praktizieren? Nein, brauchst du natürlich nicht. Weil die meisten Menschen, die muslimischen Glauben sind, sind keine Araber und sprechen kein Arabisch. Aber einfach zu sagen, du musst Arabisch lernen, weil es ist besser und alles andere Zeitverschwendung. Eines der Pseudo-Argumente, die immer gebracht werden oder gerne gebracht werden, ist, ja, die Sprache des Paradieses ist Arabisch. Und auch hier, ich denke mir, wie kommst du da drauf? Woher hast du diese Information? Weil der Koran sagt nichts, sagt nichts darüber. Und dann kommen die gerne mit, ja, weil wenn die Leute im Paradies zitiert werden, werden sie auf Arabisch zitiert. Also immer wenn wir einen Dialog zwischen Paradiesbewohnern im Koran finden, ist er auf Arabisch. Auch hier, gleiche Logik. Nach dieser Logik, wenn die Sprache des Paradieses Arabisch ist, dann muss logischerweise auch die Sprache des Höllenfeuers Arabisch sein. Weil auch die Insassen, die Bewohner des Höllenfeuers, die werden im Koran, in welcher Sprache reden die miteinander? Arabisch, weil der ganze Koran auf Arabisch ist. Dieses Argument, das macht keinen Sinn. Egal, wer zitiert wird, egal, um was es geht, um Propheten, die kein Arabisch gesprochen haben, die, egal, was wir sozusagen, oder die Suleymane, a.s. und die Ameise, die berühmte Geschichte oder was auch immer, Ameisensprache sozusagen, die werden auf einmal auf Arabisch zitiert. Ameisen auch Araber? Ich kann nur sagen, ein pseudoreligiöses Argument hier reinzubringen, ist so viel, so viel am Platz. Deswegen eine Sprache zu lernen, nach der Nützlichkeit, oder einfach nur, weil es Freude macht, weil es Spaß macht, weil jede Sprache ist eine wertvolle Sprache und ist eine, ist ein Zeichen Gottes, ist eine Ära. Und jetzt könnt ihr euch denken, Bojma, wo hast du das her, dass es irgendwie eine Ära ist? Auch hier das Zitat aus dem Koran, Und zu seinen Zeichen gehört die Schöpfung von Himmel und Erde und die Verschiedenartigkeit eurer Zungen und, oder eurer Sprachen, wenn man nicht Zungen wortwörtlich übersetzen möchte, und eurer Farben, also eurer Hautfarben sozusagen. Das ist eine, es ist Vielfalt, ist was Gott gewollt, ist etwas Gutes. Und nochmal, warum ich das bringe, weil mir immer wieder das über den Weg läuft, das Messias Lernen, Zeitverschwendung ist, oder was auch immer, ist es nützlich, brauchst du das, gibt es Menschen, mit denen du kommunizierst, macht es die Freude, Ende. Das war es. Vielleicht beende ich noch mit einer lustigen Anekdote, die mal passiert ist. Auch jemand, der einmal mit diesem Trip so kam, äh, Arabisch, und Arabisch ist die beste Sprache, und auch diese Pseudoreligiösen, das ist so eine Art Nationalismus, der immer so religiös gefärbt wird. Also oft, wenn es um arabischen Nationalismus geht, das mir dann begegnet ist. Und dann hat er auch so, Sprache des Paradieses und so, ist Arabisch und so. Ich habe dann nur, also aus Spaß, das dürfte er sich nicht so ernst nehmen. Ja, da habe ich zu ihm gesagt, die Sprache des Paradieses, oder im, nein, habe ich nicht so gesagt, ich habe gesagt, im Paradies wird Messias gesprochen. Und er war voll erschrocken, dass ich das sage, Blasphemie, wie kann ich das sagen, und so. Und dann habe ich gesagt, ich bringe dir ein Delil, und akzeptierst du den. Übrigens, Delil ist Hinweis, viele sagen, Beweis, nein. Delil, Delayadullo, ist, hinweisen auf etwas, ja. Und es ist, Burhan wäre ein Beweis, so, Beweisende, danach kommt nichts mehr. Es gehört zu der Bescheidenheit hin, dass sie am Ende sagen, das sind die Hinweise, das ist das, was wir glauben, was Gott meinte, Wallahu alam, sonst würde Wallahu alam keinen Sinn machen, und Gott weiß es besser. Wallahu alam, ja. Auf jeden Fall habe ich zu ihm gesagt, ich bringe dir ein Delil aus dem Koran, dass im Paradies auch Messias gesprochen wird, und du wirst es dann auch annehmen. Und er so, okay, ja, der war ein bisschen verwirrt, ja, ja, was ist dein, wo im Koran, was ist dein Delil, was meinst du, habe ich gesagt, heißt es nicht im Koran, in Surat Qaaf am Ende, oder in der Mitte, lahumma yasha'una fieha, waladayna mazid, sie werden darin, also im Paradies, haben, was immer sie begehren, und bei uns ist noch mehr. Und wenn ich eine einfache Bitte an Allah Ta'ala habe, nämlich, wenn Gott mir und meine Familie erlaubt, im Paradies zu sein, dass ich mit meinen Eltern und meinen Großeltern es mäßigt reden möchte. Ja, natürlich, wenn du, ja, das geht, ach, so meinst du das, ja, okay, ja, ja, ist okay, ist so. Guck mal, letztendlich habe ich das nur gebracht, um zu zeigen, ey, das ist schwarzsinnig, was wir sagen. Das Jenseits ist für uns nicht vorstellbar. Wir kennen das alle, was, wie heißt es in dem bekannten Hadith, in der Beschreibung vom Paradies, ma la aynun ra'at, wa la udhinun sami'at, wa la khatara ala kalbi bashar. Kein, kein, kein Auge je gesehen, kein Ohr je gehört, und kein Menschenherz je begehrt, wenn man es so ein bisschen frei übersetzen möchte. Auf jeden Fall etwas, was wir noch nie gehört haben. Das heißt, auch egal, ob man sagt Arabisch oder was auch immer, es ist so, wie wir es uns nicht vorstellen können. Es wird komplett anders sein, das ist sozusagen die jenseitige Welt. Ich finde es nur nicht richtig, andere Sprachen und Kulturen abzuwerten, indem man so pseudoreligiöse Argumente bringt. Also nochmal abschließend, ich empfehle jedem Menschen, der sich mit der islamischen Religion beschäftigen möchte, oder beschäftigen, ja, sich damit beschäftigt, lern Arabisch. Es führt kein Weg daran vorbei. Der Koran ist auf Arabisch, die Hadiths sind auf Arabisch, die frühesten Werke sind auf Arabisch. Um das alles zu verstehen, auch heutige Diskussionen, also die tieferen theologischen Diskussionen, sind überwiegend auf Arabisch. Wenn du wirklich mal einen tieferen Vortrag, also einen Vortrag, der immer in die Tiefe geht, die anhören möchtest, du kommst nicht drum herum, das auf Arabisch zu hören. Ja, um das deutlich zu machen. und gleichzeitig für unseren Kontext wir als Immersieren oder Entschuldigung, ich habe gerade ein Ding-Shake trunken. Es tut mir leid, Entschuldigung. Wir als Immersieren oder als Menschen, die sich mit wir als Immersieren oder als Menschen, die sich mit der immersierischen Kultur oder werberischen Kultur auseinandersetzen und beschäftigen und uns darauf interessieren, ist Arabisch, äh, ist Messir eine genau so wichtige, wertvolle Sprache für das, wofür wir es brauchen, nämlich zum Sprechen mit unseren Mitmenschen. Also, verzeiht mir bitte, dass ich jetzt ein bisschen off-topic gegangen bin, dass ich ein bisschen unser eigentliches Thema verlassen habe. Die nächsten Videos werden wieder konkrete Lektionen sein, wo wir Wörter lernen und so weiter. Das war mir nur wichtig, weil mir sowas immer wieder begegnet ist, dass keiner der Menschen, die hier zuhören, irgendwie mal, wenn sie damit konfrontiert werden, wahrscheinlich, wenn ich es noch nicht die Erfahrung gemacht habe, mit Sicherheit, die werden diese Erfahrung noch machen, dass Leute euch damit konfrontieren, Bruder, lerne Arabisch, Arabisch ist besser und wichtiger und so weiter. Das waren meine zwei Frank dazu, sogar, es war ein bisschen längeres Video, es waren zwei Drehem eigentlich, Drehem, genau, in den nächsten Videos, also Dankeschön für diejenigen, die auch fleißig immer kommentieren und Feedback geben und auch wieder heute ein konkreter Wunsch war dabei, dass es um Datum, Uhrzeit und solche Sachen geht, Tageszeit und solche Sachen werde ich auf jeden Fall mit einfließen lassen, genau solche konstruktiven Kommentare, auf die werde ich auf jeden Fall eingehen und diese Themen werde ich reinbringen. Dankeschön fürs Zuhören, bleibt gesund, Inshallah, alles Gute, Allahi Anku und bis Lama. Vielen Dank.